Hallihallo Freunde und herzlich Willkommen zu einem neuen Unboxing Video von Test.net. Heute habe ich noch etwas von dem Hersteller Leitz mitgebracht, nämlich ein A3 Turbo S Folie Automatic Laminator. Das packen wir gerade mal aus. Auf jeden Fall super gepackt und verpackt und links und rechts Styropor Bände und wow cool. Ich habe schon mal hier ein paar Folien. Wow, sogar in etlichen Größen. Ich glaube, darin befindet sich auch die Bedienungsanleitung. Ja, das scheint noch richtig dick zu sein, also gibt es einiges nachzulesen. Übrigens hat das Produkt den Produkt Design Award 2013 gemacht. Das ist schon mal ein Statement. So, jetzt ist das falsch rum. Ah, besser. Und so, müsste es eigentlich harmonieren. Weg damit, weg damit. Auf jeden Fall optisch super aus. Ganz einfache Bedienung. An, aus und hier ein Rücklaufknopf und hier kommen die Bläder rein. werden laminiert und kommen hier raus. Und mal schauen, was das ist. Auf jeden Fall keine weiteren Knöpfe. Das heißt unkompliziert und einfach. Schauen wir uns mal das Kabel an. So, auch sehr dick und stabil. Auf jeden Fall ganz cool. So, auf jeden Fall top verarbeitet. Sieht auch mega glatt aus. Und hier ist nochmal das Logo von Lights. Und das Produkt kommt jetzt erstmal in die Testabteilung und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Wir sind ja. Wir sind immer mal, wenn wir sind. Wir sind ja. Untertitelung des ZDF, 2020